so hallo herzlich willkommen zurück wir gucken mal was wir machen können aufhören erstmal so sie freuen sich garantiert ebenso ich habe mich sicher schon im fernsehen gesehen in eine legendäre rolle als special agent in einem allseits beliebten täglichen sehr schön so jetzt machen wir mal hier gruppenverwaltung wieder suche was ich noch mal was finden mal gucken was die leute so machen heute sie verlassen jetzt den sicheren bereich ob man gleich mal recht jetzt echt jetzt okay ich mache mal die u-bahn leichten alle noch noch mal moment wo ist der da ist der kunde ja 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 der brennt doch schon junge da ja 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 die kiste habe ich ja schon also wer das zum ersten mal macht er kann das gerne immer so was ist mit dem da rum das wird noch harry ist nicht gerade unser wunschkandidat er hat das nötige fachwissen aber es heißt er sei exzentrisch was eine nette umschreibung für paranoides arschloch ist hm Okay, komm komm Ah Zul Du brennst, Jungchen Und tschüss Na wo ist er da Und tschüss Entschuldigung, wenn ich ein bisschen ruhe bin Ich weiß noch wie hoch ich das werden kann Da haben wir was Gucken wir mal Wir haben die Info, dass mehrere Teams der Kliners vor Ort sind Sie wollen die Infektion ausbrennen Und zwar inklusive der Leute, die versuchen sie aufzuhalten Also Vorsicht, sie arbeiten in Teams Potenziell ist wie hierher Entschuldigung Entschuldigung, wenn ihr sie verstanden Und bei uns Neuan Hier Hier Wir haben Komm! New York folgen ohnehin Ihrem eigenen Zeitplan. Ein neuer Agent tritt Ihrem Team bei. Aktivieren Sie das Energieverlet. Ein neuer Agent hat sich Ihrem Team angeschlossen. Warnung! Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Warnung! Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Bestätigung. Lokalenstromnetz online. Wer da eben das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Feilau. Ich mische mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns, Roten. An wen auch immer. Machen Sie sich auf den Weg zum Sekundärrelais. Und sobald Sie Leichen sehen, setzen Sie schnell die Maske auf. Sonst sind Sie tot. Hallo. Ahja. Ringgauobbe. Egalopp rischio. Was ist das? Hallo Geh hoch du Hörni Scheiß Für den Job brauche ich mehr Hände als ich habe Glauben Sie, dass Sie mir helfen können, wenn ich Ihnen sage wie? Welche Hilfe Sie auch brauchen, Sie werden sie bekommen Gut, weil ein paar Relais-Module ausgewechselt werden müssen Warnung, die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin Warnung, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet Sie verlassen das kontaminierte Gebiet Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet Wo kam der denn her, der kleine Pisser Man Na komm Warnung, Feinde nähern sich ihrer Position Siea WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 so das war es erstmal hot rein und tschüss